Hat einer von euch Lust nach so ein kleines Intro? Herr Klatter ist Kapitän. Hallo liebe Fans, wir spielen jetzt eine Runde Stadt am Fluss. Lasst euch überraschen, mehr gehen. Viel Spaß dabei. Gut, wer fängt an? Ich sag A. 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 Stopp. A. 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 Die müssen mitkommt, oder wie? Zehn Punkte? Chris, vor dem Dekor hab ich Hanteln? Mini-Hanteln? Haseln muss. Weihnachtszeit hab ich gar nichts. Ich auch nicht. Du hast eine Beschäftigung? Heutzutage. Ich hab Hundeauslauf mit dem Hund gegeben. Weihnachtsessen hab ich furcht. Ja, ich hab furchtbar nichts. Fünf, ja. Schwierig, ja. Jetzt seid ihr warm. Jetzt geht's los. Ich mach, gell. Na? Schon? M. Was eine Stille hier war. Oder Essen, Weihnachtsessen. 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 Okay, dann bin ich fertig. Okay. Ähm, Jan und Embs. Glasbrühe Geschenk. Ich hab mal eine Massage. So eine Muscheln bei der Dekor. Nix. Sind es 20? Ich brauche. Ein Geet. Merry Christmas. Ich auch. Beschäftigung mit Mehl. Malen. Wo bin ich? Im Garten, oder? Ja. Weihnachtsessen hab ich Mandeln. Mandelkuchen hab ich. Oh, okay. Oh, okay. 35. Warum hab ich? 57 Punkte. Reden mit mir. Okay. Einen Runde machen wir noch, oder? Ja. A. Stopp. V, oder? V, oder? V, scheinzig. A. Stopp. F. F. Einen. Die ganzen personas. Alleición. Alle. Er. Wie sieht es? Ja, schenken kann man ja fast alles, manche. Ja, aber Lied ist unmöglich. Auch da wieder an anderen Spanienseiten? Spanisch vielleicht? Ja, wir kontrollieren ja nicht die Rechtschreibung. Spanisch, hättest du recht geschrieben. Machen. Fussball. Federn. Wieder Fussball. Richtig. Feliz Cumpleaños. Ne, hab ich jetzt nichts. Ich hab ja einen Feliz Navidad gemacht. Ja, das hab ich aufgeschickt. Ist das auch ein Lied oder nicht? Ja klar, Feliz. Ja, ist ja ein gutes Jahr. So ein Weihnachtenbieter. Ich hab ja gern das Geburtstag gekauft. Wer hat an Weihnachten Geburtstag? Du. Jesus. Okay, Beschäftigung. Hab ich wieder Fussballspielen? Federnbeispiel. Okay. Und Fisch? Fisch hab ich auch. 24. Okay, wir haben's. Endauswertung? Ähm, ich hab 35, 55 und 35. Gleich. Super. Unentschieden. Heute gibt's keine Verdiener. So sieht's aus. See you play. But bedank... Und 움직ierst du und wiederverfolиг auf dir. Aber Development.